Eigentlich bin ich privat überhaupt kein Geburtstagsfeierer, aber das hier feiern wir mit euch. Skobel, also der Kanal, hat Geburtstag. Wir haben vor drei Jahren angefangen ins Blaue hinein und ihr habt uns belohnt durch hunderte von tollen Kommentaren, kluge Kritik, Abos und immer wieder dadurch, dass ihr das, was wir machen, überhaupt anschaut. Es klingt ein wenig kitschig, aber wir machen das für euch. Wir sind buchstäblich ins Unbekannte aufgebrochen und haben mit euch eine tolle, tolle Community gefunden und dafür wollen wir uns bei euch herzlich bedanken. Und ein absolutes Highlight war natürlich der Grimme Online Award Publikumspreis, den wir auch nur dank eurer vielen Votings und tatkräftigen Unterstützung bekommen haben. Was wir machen, ist Arbeit, klar, aber uns allen, dem gesamten Team, macht es enorm viel Spaß und wir freuen uns auf weitere Jahre YouTube. Deshalb Happy Birthday an euch alle.